Guten Morgen ihr Lieben aus Münster. Ich bin ja seit gestern Abend in Münster, weil ich von der Equitana eingeladen wurde, an einem Presse-Event hier teilzunehmen und wir waren gestern Abend schon schön essen und noch was trinken, um uns alle ein bisschen kennenzulernen. Und ja, heute geht's los mit dem Programm. Wir fahren jetzt als erstes zu Ingrid Klimke und heute Mittag habe ich vergessen was wir machen. Auf jeden Fall freue ich mich schon sehr und ich freue mich auch sehr hier zu sein und nehme euch ein bisschen mit. Viel Spaß! Und dann über die Trott Cavaletti, wo sie in der Rhythm haben müssen, lift ihre Händlecks mehr als sie wollen, weil sie von ihrer Konfirmation ... Cavaletti ist mit der Hose herum in der Hunde. So, wir machen jetzt Orange. You can take the biggest mover in Trott, in dieser Part der Orange, ohne die Leute zu setzen. Und jetzt kommt sie zurück. Jetzt, jetzt, jetzt und anhalten den Knie. Die Knie sind nicht mehr als sie mit der Hose herum, sondern auch nicht mehr als sie mit der Hose herum. Also, wir machen jetzt die Knie. Sehr gut, dass du mit der Hose herum in dem Hintergrund wirst. Schön vor mit der inneren Hand. So, parallel hier. Klar. Und jetzt kommst du zurück, jetzt, jetzt, jetzt und anhalten, denkst du. Und hier, denk einmal übernommen. But I want to show you something, very quickly, five minutes. Try to only work with your flat inside, wait. And, geht, rutsch. And he has to go, no, no. But he, I don't want him. Okay. He's just very neat. So I look for the Cavalady to stay on the right. And that's the stop. Then finish the camper. And bring up the camper. And the transition to front. Just by sitting and sinking into the saddle. Or he cuts the corner. Or inside leg. So I want to be his inside leg. That he is bending around my inside leg. Not cutting the corner. Bender. Ganz juro. So what do you think do you do? Let's try and get a pull Thank you. Let's try again. Let's try ande. Let's try and quam. Let's try and click red. Look where are you. Let's try again. Put this particole on and 빨리 or wait. You have to make the coaster. Einmal zurück und dann... Einmal zurück. Einmal zurück. Einmal zurück. Einmal zurück. Das ist weshalb wir den Jumbo gewinnen. Das ist unsere Wintermission und im Sommer machen wir den großen Jumbo. Okay, Anne? Ja. Okay. 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 Wenn ich jetzt aufrufe, war es ein totales Waste der Zeit. So jetzt, drei Jahre später, haben wir eine Sampagne am Sonntag. Ich dachte, ja, Glückwunsch haben wir es geschafft. So, Geraldine war immer so nett, du kommst in der Dress-Suffering, sie wird nie spooken, sie wird nie spooken. Komm ich wieder raus. So schön. So schön. Sometimes, I want to start with two or four, but now I felt, Augie wants to do more. So I try to keep as long as I can. And before he finishes, I try to finish. Jetzt sagst du, warum hat sie nicht gestoppt, warum hat sie es nicht gut gemacht, warum hat sie noch mehr gemacht und vielleicht zu viel. Er ist ein Hanoverian, aber er ist auch großartig für den Australien, Hanover, und ich glaube auch für den Rostrober. Also laut. Ja, das ist gut. Mach doch einfach ein Rostrober auf die Diagonale, Philipp. Bitte? Ja, das ist gut. 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 So a little bit rounder, more bending, a little bit more forward, yeah, try a little bit of travert canter. And I must really make sure that I keep him round, I have my right leg on him. I took a little bit of shoulder in when I start. I was thinking I can do too, but... I was thinking I am good with that. And then, I am going to put one thing. I'm going to put one thing around here. And then, once I get rid of this thing, I use it. Vielen Dank.